Mein Tipp zum Küchenkauf. In Ihrem Zuhause ist die Küche das Herzstück, deshalb sollte sie zu Ihnen und zu Ihren Räumlichkeiten gut passen. Hier entscheidet nicht nur die Optik, denn nichts ärgert einen im Laufe der Jahre mehr als eine unpraktische und schlecht geplante Küche. Deshalb achten Sie auf eine fachliche Beratung bei der Planung, welche selbstverständlich eine ausführliche Maßskizze inklusive einer 3D-Animation beinhalten sollte. Lassen Sie sich die Schranksysteme und die Aufbewahrungsmöglichkeiten im Detail erklären und berücksichtigen Sie Ihre Gewohnheiten und Ihre Laufwege. Der Energieverbrauch der Einbaugeräte spielt neben der praktischen Bedienbarkeit und den Funktionen eine große Rolle. Gute Möbelhäuser haben hierfür Gerätespezialisten, die Ihnen alle Informationen für Ihre Kaufentscheidung an die Hand geben können. Mein Tipp, informieren, finden, vergleichen, bei uns anfassen, ausprobieren, beraten lassen und zum günstigen Preis kaufen. Ihr Franz Scherr vom Wohnzentrum Müller in Bengel